Auf Funwill war das, ne? Funwill.eu So. Natürlich wieder die letzte hier rauszwitscht. Junalia, wie machst du die Kätzchen? Schimmel wird sich so wundern, alle gehen so auf einmal. Was, wie, hä? Wie machst du die Kätzchen, fragt Ego Pokey. Ich mach die gar nicht. Ich mach doch gar keine Kätzchen. Ach, äh. Obwohl ich, ich könnte einen Junalia-Only-Comment machen. Ich hab doch gar keine Kätzchen. Ja, ich kenn mich mit diesem Skript nicht so aus. Verbindung fehlgeschlagen. Verzüchte ich ganz fleißig Katzen. Was, Verbindung fehlgeschlagen? Ungültige Sitzung, versucht das Spiel erneut zu starten. Wat? Äh, ja. Ähm, Samiromi hat das verraten. Nö, oder? Was, was, was? Hier, äh, Whatsapp. Aleria, say hello. Willkommen auch bei mir im Stream. Dank dir für den Follow. Ich muss noch kurz neu starten. Ähm, Sarah, schreib mal bitte in Whatsapp rein, ähm, die, die URL von, von Romy. Kann ich nicht. Warum kannst du das nicht? Bin nicht an meinem richtigen Handy. Achso, warte, mach ich's. Mach ich's. Aber, wie kann man denn Romy als Streaming finden? Kann ich's? Wer hat die Follow gekriegt? Du hast die Follow gekriegt? Ja, von Aleria, say hello. Ehhh, das ist Lena, Lena. Ehm noch. Hat du doch geschrieben, Sarah, liest du dein Handy eigentlich nicht? Nee, Sarah liest nicht. Cool, so, ich hab's drauf geschafft. Nee, ich finde Romy als Streaming, hat sie geschrieben. Und jetzt ist sie dann da. Hallo, grüß dich Lena. Warte, ich muss nebenbei in den Chat gehen. Nee, aber das andere nicht verraten. Äh, Sarah. Immer noch Lena. Was spielen wir denn jetzt? Mal malen. Aber ich lese hier meistens immer die ganzen Namen vor. Dann sagen die Leute, kannst du mich so nennen, kannst du mich so nennen. Ist so anstattshalber. Wohin fahren wir, oder? Hey, alle sind hier. Guck mal, Alze, Banane, Tado. Oh, meine Supergirl. Rumi, das habe ich nicht gefunden. Wie kannst du mich nicht finden? Ich meine, guck dir meine Kamera an, bin ich so schwer zu übersehen? Nein, Scherz. Nee, aber wenn ihr Bock habt, so ne, Leute, wenn ihr grad seht, funwill.eu. Wir gehen jetzt hier ein bisschen Krickelkrackel spielen. Funwill, Funneville. Malen uns ein bisschen durch die Gegend. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Wie war das jetzt? Äh, 1373. Was, wie viel, Leute? Da ist der Tado. Ich find den Skin so geil, echt. Ja. Du bist auch neun jetzt, ne? Ja, ja, den hat, äh, hier, Bergimi gemacht. H, U, G. Die Brille. Hast du Hunger? So ein bisschen nach meinem eigenen Avatar. Du kannst den Warteschlangen nicht beitreten, da. Du, was, was? Keine Rückmeldung habe ich bei Minecraft. Na ja, da würde ich die Party noch beitreten und gucken auch. Ja, wo musst du drauf? Ich vergesse das jedes Mal. Ich dachte, kann man draufklicken im Chat, ne? Was für ne Damen hat ein, äh, Abode geschickt? Ach ne, ist das Lena? Das ist Lena. Ach, hier. Hallo Lena, ich seh dich gerade. Du bist schon in einer Gruppe, steh ich hier. Hitzl, du bist so ein Schleimer, weißt? Ich bin so ein Brocken und nichts zu übersehen. Das sagt Hitzl, findest du gerade, wo ist denn der Hoden im Bild? Ach, da oben. Hahahaha. Ja, hast du gelesen? Bitte? Jaja, der Hodenpirat, das ist so ein kleiner Witz. Der ist eigentlich voll korrekt, also das ist super. Ich verkaufe es dir den Chinesen, arrr. Ich hab das nicht gelesen, was gelesen? Wo denn gelesen? Ein Moment bitte. Verbindung unterbrochen. Ah, du ist freaky Skin, ey. Ja, musst du noch mal kurz Minecraft neu schauen, das hatte ich auch gerade. Na, ich bin da. Ich seh dich rum, äh, Romjad, ich seh dich doch. Hier, da stehst du. Hä? Da? Ah, da bist du doch. Huhu, huhu. Hallo Yunalia. Hallo Taro, grüß dich. Yunalia's Minecraft-Charakter. Hey, Yunalia. Mit mir Herzchenaugen. Hier, Lina. Moment, ja. Du bist eben im Teamspeak gewesen, öfters mal. Ey, was sagst du? Ich find nix, was meinst du denn? Warum bist du denn immer wieder rausgegangen? Nein, nein, Yunalia, du hast noch ein Stück jetzt hier. Ach so, ja, das Anstupsten hab ich mitgekriegt. Ja, gib das mal ein Chat ein. Oh, wieso toll? Hier, wo wir grad sind, oder was? Nein, schon wieder auf. Bin wieder da. Hä? Bimbee? Hä, was sind das für ein Spielfeld? Hab ich ja noch nie gesehen. Ja, das ist neu, ich sag gestern. Äh, Loro war auch hier drin. Äh, geht nicht. Es wurde hier neu gestaltet. Es wurde hier ein bisschen umgebaut. Äh, nein, in die Romance Chat. So. Ach so. Hm. Da reicht's hier nicht. Aber. Vielleicht nix, was sei da? Äh, Funnel EU. Den ist aber, haben jetzt aber schon angefangen. Du bist ein bisschen zu spät rangewiesen. Ach so. Hallo. Du kannst es noch schaffen. Noch, noch. Kannst du es schaffen. Das ist noch anderthalb Minuten. Aber cool ist, dass man hier nicht runterfallen kann. Das wäre nicht cool gemacht. Wieso toll, Ego Pookie? Warum? Ich bin drauf. Dann nimm den Combo. Oh, wie cool. Danke. Und drück auf dieses Buch. Ein Omelette-Diebst Charakter. Hallo Yunalia, ich seh dich. Guck mal rüber. Du wolltest das Kätzchen haben. Ja, danke, danke, danke. Yunalia. Ja, ja, ja. Yunalia. Übrigens kannst das wirklich nur du auslösen. Hier, 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 hier. Es hält Ego Pookie. Es geht nicht. Sag mir, wenn du vor den Schildern stehst. Jetzt steh ich vor den Schildern. Dann geh in die erste, in die erste Lobby. Oben, oben. Sex. Hallo. Ja. Ne, du? Ich hab bei mir alle gar keinen Skin. Nee, wir haben keinen Skin. Hab ich keinen Skin? Wow. Also bei mir ist hier Standard Skin, oder? Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Du bist hinter mir aufgeploppt. Andi ist auch da. Dann ist es bei dir ein Fehler ab. Das passiert ab und zu mal. Ab und zu ist es mal so. Ego, Leute. Also ich seh aber schon meinen Kerl nicht. Wo ist mein Kerl? Ich steh genau neben dir. Hallo Andi. Ich steh genau rechts neben dir. Guck mal. Hier bin ich. Jetzt gehst du an mir vorbei. Hier an dieser Holzsäule. Direkt hier rechts von dir. Ich seh dich nicht. Okay. Ich geh zum Andi. Weißt du, ihr solltet vielleicht nicht so alle durcheinander respielen. Raffit ist ein Omelette-Dieb. Okay. Ehm, Ego-Poke. Wie gesagt, das ganze ist nochmal Aufbau. Also bald kommen da denk ich mal auch einige Befriede rein. Also können unten mehr sein als von Jo? Nein, nein. Oh, ich bin unten. Was muss ich denn? Romja kriegt an. Oh. Oh. Ja, Moment. Ich brauche... Ich seh mein Schatz nicht. Hallo Schatzi. Du bist unsichtbar. Ja, ich bin noch... Ich baue jetzt gleich. So. Ähm, wie war das? Du kannst doch immer schreiben, oder was? Jo, genau. Du musst aber diese Schrägstrich wegmachen. Du kannst doch, wenn du Tee drückst, drück einfach mal Tee, dann kommt da gar keiner hin. Da ist der Andi. Komm Andi, schub sich mal runter. Bing. Hahaha. Und Junalia auch einmal. Bing. Äh, was ist das? Das hast du heute noch gesagt. Ich? Ja. Ah. Geil. Ich habe es aber schon gewusst, bevor ich das von dir reingemacht habe. Ich hätte es aber ganz farbig gemacht. Ja, okay. Äh. Ah. Hahaha. Das erste Mal, dass ich führe. Das erste Mal, dass ich führe. Ich hab, ich hab, ich hab Huhn geschrieben. Huhn? Da war ja, da war ja. Osterei, okay. Jetzt kommt Junalia dran. Ach du Kacke. Wie gesagt, alle von Romians Chat, wenn ihr mitspielen wollt, kommt einfach auf funmill.eu. Wenn die nächste Runde läuft, könnt ihr mitspielen. Oh. Hä? Jetzt so unsichtbar. Ne, sie zeigt es ihr. Ah, ich war... Wo seid ihr denn alle? Nein. Äh? Wo seid ihr oben? Wer fragt denn da? Wer fragt denn da? Wer ist denn da? Garton? Erreiß weg! Erz! Wir hatten grad gefragt, ähm... Wo wir alles hin? Wer ist denn noch hier? Andi? Jetzt, wenn nicht unten. im chat steht was umbauen muss unten der letzte text und auf ehe machst du ein inventar auf wie im kreativ modus und sucht die teile raus die dual zum baum benötigt nein 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 ich muss erst mal sehen ob ich hier was bauen kann natürlich und du hast noch eine minute und zehn sekunden zeit zu bauen ich finde nämlich das andere nicht ist egal es ist egal muss nur ungefähr aussehen du kannst im inventar aufsuchen lassen weil einem spoilern kann ich ja nicht Geld dann haben wir sieben wir können haben uns damit beworfen mit Matsch beworfen Prozent wir haben mit Eier eingeben und in den eingeben wir haben Schneekugel Schneeball jetzt weiß ich es gar nicht ich muss noch mal gucken kann ich da noch mal hochgucken nein ja doch wenn du wenn du klar musst aber rollen ah ok denk nicht an den Ball sag ich einfach nur schnee 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 doch schnee lohr ist auch da da spürt ihr die liebe spürst du diese liebe in dir nicht bei dir sondern bei mir zu hause Hallo Loro Grüß dich Juhu Das ist unser eigenes Holz sein Das ist unser eigenes Holz sein Kein Penis, nein Ja, es wird zu bauen Ja, es wird zu bauen Ich baue mit Po zu Okay Aber runterfallen kann ich nicht, gell? Nein Ach du wei wei Ah Moment, Moment Das hier ist eigentlich das hier außen rum Ist eigentlich blau Also ich mach jetzt mal blau hier Das soll das Wasser sein, ne? Was könnte ich hier gerade bauen Das hier soll Wasser sein Ah, ich weiß es Ich weiß es Ach mann Ich weiß es nicht Es geht um, es geht um das Weiße Das Weiße auf diesem Ding was aus Holz eigentlich sein würde Ja! Ich bin vor, ich bin vor Sache Sehr geil Dreimal verschrieben, ey Das ist blöd zum Bauen Das ist blöd zum Bauen Ja, ich weiß Das ist echt blöd Ich hätte auch Holz nehmen sollen Okay Ja, du geht Done Oh mein Gott Rado Äh, Andis Segel war es Nicht Segelboot Ach so Mann, Sarah, Mann Hä Hä? Welche Farbe hat das? Jetzt schreibt jemand hellblau bitte Der Andi ist doch Killerpilz oder? Nein, das ist 가지 Racer War coole Runde ziemlich schnell Ich bin auch dran Ich bin auch dran Ich bin auch dran Ich meine die Runde von Tardo war ziemlich schnell Das kann ich niemals machen Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es Gamescom, Nico brauch ein Schwert Kann ich niemals machen So, Pantabär Oh Gott, das wird jetzt schwer Also erstmal, also das was ich jetzt baue hat nur ein Teil damit was zu tun Was ich an ein Eis schreibt Tardo Das was ich jetzt baue hat nur ein Teil damit was zu tun, also Keine Ahnung was das sein soll Ähm Ich habe gesagt, das hat ein Teil damit was zu tun Ähm Na, auf der Schiene Nein, 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 nein Ähm, Tardo Oh, das ist schwer zu bauen, sei hier Tumor Na komm, Chef Ähm Oh Gott Ähm Oh Gott Ähm Das krieg ich nicht hin Also das hier soll ne Dose sein Und das hier ist halt eine Ah Ja, nein, nein, Tardo ist vor mir Ich wusste nicht wie ich das bauen sollte Äh Was habt ihr denn eingegeben? Dosenöffner 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 schnell, Andi Zehn Sekunden hast du noch Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Hey Andi Oh Gott, alle sind auf der Gamescom Alle gehen auf die Gamescom Allein deswegen wird sich das schon Aber ich hoffe ihr seid nächstes Jahr auch alle wieder dabei Zwei 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 Nein. Doch, ich muss in Urlaub. Hallo. Nein. Doch. Doch, 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 doch. Okay, mal jetzt hin. Wenn du jetzt noch schnell auf Handel kommst, die ist schon gerade... Kennst du schon? Der Russland-Streamer meinte meiner Besten die Gefühle zu zerfetzen. Okay. Ich liebe mein Buffet für mich. Okay, mal jetzt hin. Ja, ihr müsst beide wieder in Manuel nachdreifen, die 1. Weil... Wer gibt's nur runtergegangen? Ja. Ach so. Wird auf den Kompass gehen, ja? Ja. Warte, 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 warte. Nieder in 3, vergessen. Wie bekannst du denn maximal eine Gruppe einladen, Sarah? 3. Okay. Und äh... Ey, eine Kölnerin! Ich bin nicht mehr alleine! Ich bin nicht mehr alleine! Da ist doch jemand aus Köln. Doch. Was heißt, du bist nicht allein? Schatz, ich meine, außer uns! Ey, sonst hast du immer nur... Aus, aus Umgebung und keine Ahnung was. Jetzt... Sie ist Kölnerin! Schatz, ich bin nicht mehr alleine, ich denke schon recht. Ich nehme nur an die Kölnerin! Surfer not joinable! Acht von zehn, aber ich komm nicht rein! Du musst weiter... Du, 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 du... 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 Du, 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 du... Du, 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 du... Was, was, was... Ich denke mal, ist voll, ne? Niko? Moin Dinospear! Romy hat das auch so eingestellt, dass du nur einmal begrüßt, oder? Ja, ja! Weil Dinospear gerade sagt, kack, Begrüßungs-Bot. Also Dinospear, falls du mich hören kannst, der Bot begrüßt dich einmal, wenn du hier rein joinst und dann nicht mehr. Also für Romy hat eine kleine Hilfe, dass er sieht, dass jemand reingekommen ist, du wirst nett begrüßt. Ich verstehe nicht, warum du jetzt schreibst, kack, Begrüßungs-Bot. Ähm, gut. Dann mach ihn auf Igno, wenn's dich wirklich so arg stört. Äh, nehmen wir was anderes. Äh, Lena, was spielst du denn so an Games? Boah, den hat er nicht mitbekommen, Romian. Nee, ich war doch nicht da. Nein! Die spielt richtig Hardcore, Counter-Strike und so. Richtig krass, die Lena. Counter-Strike? Ja, okay, ist ja nicht so meine Sprache. Also meine Tage in Counter-Strike sind vorbei. Also ich hab das wirklich in der Jugend gezockt. Nugend. Nugend. Bei Mela war ich, nee. Boah. Ähm. Meinst du mich, ähm? Darf ich Sarah Hartnudeln? Ähm, hier guckt jemand in deinen Stream hier. Guck mal was hier geschrieben wird. Ich guck auf den Stream, sehr geil. Wer hat Lust auf TS, was? Nachbekehren. Äh, wer ist denn, äh, 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 Xerra, Xerra KD? Der Valentin hat Lust auf ein ST, äh, Team Stream. T. 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 Achso, das ist Loro. Ja. Soll ich dir den Befehl mal rüber kopieren, äh, Romy hat? Äh, ja, wenn das geht. Wenn du das hinbekommst, wäre super. Ja klar. Oh, wir müssen anfangen. Einen Moment, ähm, ich kann's aber kurz sagen, das ist, ähm, Boah, nee, ich kann's dir nicht sagen. Nico? Oh, das wird schwer. Sag mal die IP vom TS von Loro, bitte. Oder schreib's dir mal schnell. Dann ist das wahrscheinlich Poki jetzt hier in-game, wa? Ich find's nicht. Was macht ihr? Sarah? Du hast gerade genug gemacht, hast solche Geräusche, oder was? Ja, immer so. Find's nicht, ich find's nicht. Sag ich doch, ich bin gut. Ego Poki, sehr geil, dass du da bist. Danke dir, danke dir. Und das Passwort ist, ähm... Ja, wenn du E bist, mach mal dann T, und dann kannst du's eingeben. Spielst du denn vielleicht Elder Scrolls Online oder sowas, wie Star Wars The Old Republic oder sowas? Strategie-Games, geil. Das soll eigentlich was das sein. Hört, das soll was das sein. Du kannst doch einfach lorofu.tv schreiben. Ja, es wurde schon geschrieben von Tado. Tado hat geschrieben, T... Ach, jeder ohne TS, oder was? Ja, er macht mal Lehrzeichen dazwischen, sonst wird das als Link anerkannt. Und da drauf ist ne Insel. Mehr kann ich aber nicht sagen. Warum nicht? Also noch ein paar Hinweise geben, Andi. Komm. Auf, na, ähm... Was aber ne Insel? Ach, ich hab dir in den Sinn. Aha! Je, heine, Vater, Morgana. In der Wüste, wenn... Ne, Kev, er hat eben schon gesagt, der ist nicht bei Miller. Der ist, äh... Nö. Razer ist Razer. Andi ist Andi. Ja, genau. Razer 007. Ich hab auch einen Doppelgänger, wahrscheinlich auch nicht. Ich hab ein Passwort auf dem TS. Ja, ist doch drauf, ein Passwort. Immer noch das alte. Aber ich komm gar nicht auch bei Lorofru drauf, deswegen... Also, ich komm gar nicht rein in den Channel. Dann kann ich mir die TS fragen, dass... Äh, die TS-Daten dort abfragen können. Jetty spinnt bei mir gerade ein bisschen. Ne, Jetty will gar nicht mehr. Ich beende mal Jetty. Ne, ich hab schon. Hast du schon reingeschauen? Okay. Äh, ich bin ja sowieso strahlermäßig da drin. Lena lenkt mich ab. Ja. Ach, hau ab! Was? Ich soll abhauen? Ich sag mal so, es kann fliegen. Dann bin ich halt weg. Es kann fliegen? Äh... Ja, ich bleib bei dir. Ja, ich bleib bei dir. Ja! Ich bin grad irgendwie viel verblendet. Was, du bist geblendet? Ah! Ich bin verblendet. Verblendet. Ja, ich bin nur verpeilt. Und der Loro ist schuld. Hübschraube heißt es und Helikopter hab ich geschrieben. Naja. Ja, ich auch. Äh... Oh, wie soll ich denn das schreiben? Ach, ganz einfach. Ach toll, ich hab's nicht hingekriegt. War zu spät. Loro, kannst du uns eigentlich hören? Loro, du geile Sau. Äh... Was abzulecken? Äh, lenken. Genau, Nico. Funktioniert. Genau. Ich hab das sogar farbig gegen ihn gefriegt. So, welche Zahl ist das? Das war ja leicht. Sollten Hagenkreuz bauen? Nein! Mach mal hinten, es ist, auf einer Seite muss es hinten wegmachen. Fragezeichen. Äh... 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 Das ist ein F. Ah, ich weiß. Deine Stimme ist fast weg. Okay. Mann, 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 Mann! Ja, auf dem zweiten Platz. Ich hol dich noch eins. Ähm, Andi, das geht an dich, glaub ich, oder? Kämpfer Spanner schreibt... Nein, ob er war bei Miller... Nee, ich weiß. Hab ich eben schon beantwortet. Ach so. Echt? Seh ich nicht. Nein. Oder hast du es per Voice, die Antwort? Äh, nein. Daisy, nein. Mit Daisy hat er, glaub ich, nichts... Jetzt hab ich dich gesehen, was ist denn das? Nee, Daisy hab ich nicht. Was er in der Hand hat. Ah, okay. Jetzt hat er mich. Warum baut das nicht einfach? Weißt du, du warst Nachtschwimmen, heimlich im Freibad. Nachtschwimmen oder nacktschwimmen? Ähm, okay. Aber nacktschwimmen ist natürlich noch geiler. Wir haben bei uns hier in der Nähe so ein ehemals Wackersee, ziemlich groß, zerbreitgenauer See. Da kannst du auch nachts schwimmen gehen. Das ist so genial, eigentlich im Sommer ist das richtig geil. Ich bin gut weg. Okay. Äh. Dann glaubt das hat jeder von euch zu Hause. Okay. Keine, keine Antwort. Keine Ahnung. So, hier, wo ich jetzt draufstehe, da steht was drauf. Das kommt aus diesem Gerät raus. Schirm Sachen vergessen. Und man schließt auch dieses Gerät an den PC an. Man macht Papier rein. Ja, genau. Man kann damit Sachen kopieren. Die haben neue Begriffe mit drin, ne? Weiß ich nicht. Sel magazine, oder? Die hat das auf der Seite gemacht. Oh, nein. Oh, ja. Joze da, um 15, danke fürs Follower. Korrekt von dir. Danke, danke, danke. Ja, kann jeder, der das noch nicht gemacht hat, gerne machen. Der Romeo hat das auch richtig sehenswert. Unterhaltsam. Wenn er gut gelaunt ist, singt er auch gerne mal irgendwelche Texte zu irgendwelchen anderen Liedern und so. Oh Gott, was soll das denn sein? Damit Sarah warme Gedanken bekommt. Uhu. Wir sind eine coole Crew. Uhu. Uhu. Was soll das jetzt sein? Eine Augenkrankheit, wie es aussieht. Eine Augenkrankheit. Blaues Wasser. Achso. Ich weiß nicht, wie man die schreibt. Sarah hat gerade von der Abgelenke. Ich könnte eine Laufruhe holen. Oh. Was? Es schwimmt im Wasser. Nachts blinkt das. Geht das? Oh. Bin ich dabei. Okay, Romy. Wer macht Katzengeräusche? Und wer hat bei Loro vorgestern mit Miau oder etwa mit Katze in der Spende geschrieben? Das war Sarah. Sarah. Sarah macht Katzengeräusche. Dinosaurier Boxing macht Katzengeräusche. Lena macht ab und zu Katzengeräusche. Und, ähm, naja. Ähm. Loro für, Loro für, will also mit, mit, mit dir, Romy, nackt, 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 nackt schwimmen gehen. Okay. Nur damit er nicht untergeht, weil Fett fliegt ja immer oben. Ähm. Gott, ist das nicht wahr? Äh. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Sonne? Das ist ein Hashtag. Ah. Ja. Das sah aus wie ein Hashtag. Wie so ein Rauschen. Hä, was ist denn das? Ein Panda. Das ist dein. Ich hab keine Ahnung. Über das Fanta. Aber das weiß ich, was das ist. Warum? Das ist kein... Chaos. Da vier auf jeden Fall. Und? Kalt. Also das hier zusammen so ein bisschen so. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Hüsenstein. Ein Hüsenstein. Habe ich doch geschrieben. Nein, da bin ich direkt Wasser. Wasser kann... Wenn es leckert, dann... Hüsenwasser. Und... Topswasser. Keine Ahnung. Tops... Wasser. Offenes Wasser, Stein. Hm. Oh. Drei Punkte. Das war aber leicht. Nein, Romero, Romero, lass das Mülle weg. Fuck. warum ich konzentriert er keine ahnung kommst du mitten aus klein lena oder kommst du irgendwo so so abseits oder sowas auf 15 punkte leckomeo ich bin mit als der banane und abo zusammen auf 13 ich würde es mal interessieren wo sie gestern hier in köln noch nachts schwimmen war da gibt es so den den einige sehen gibt es hier von hingersee und sowas immer ja naja rein kannst du nicht wirklich schwimmen aber noch eine runde ja machen machen wir noch eine runde ist gerade lustig ich glaube jetzt könnte ich aber jetzt noch jemanden einnehmen oder ne du dich au mitten in köln ok mitten drin statt nur dabei guck mal da kannst du bald zu fuß kannst du gamescom gehen du glückliche er hat auch jemand zu besuchen über die gamescom glaube ich er in dem harten und uh er kommt die ente kommt zu dir besucht ente 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 naja kommst du auch mit morgens nirn nach vorne nackt baden ja ich bin doch schüchtern ja dach auch mag ich doch nicht Geh doch mit meiner Klitsche in der Badewanne baden, weil ich da schon so viel Angst habe. Alles klar, aus Köln rausgefahren dafür. Okay Sarah, ich bin verstört. Bist du doch dauer. Weißt du, wenn ich Romieren anbagger, dann reagierst du gleich so und hier machst du die Lena klar. Haben wir, ne? Alles klar. Ja du. Heido. Heido. Ende, 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 Ende.